Hallo Facebook, hallo liebe Facebook-Freunde da draußen und die Freunde der Freunde. Ja, ich habe jetzt mal im Anschluss ein Video für euch da, das ich gemacht habe, die Tage. Ich war nämlich in Germersheim und habe die neue Strecke getestet von der S52 und der S51. Ich habe das aufgenommen alles hier mit meiner Flip Mino HD Kamera hier und ja, hauptsächlich auf der Strecke kurz, also zwischen Germersheim und Sonnenheim Richtung Karlsruhe natürlich, habe ich was aufgenommen und das seht ihr jetzt. Ja, heute frage ich mir der S52 nach Karlsruhe. Ich fahre jetzt gerade in Richtung Germersheim und ihr seht danach auch das YouTube-Erfolgen auf. Da ist jetzt eigentlich im Anschluss um meine Ursache oder Kämmer. Viel Spaß. So, für nach Karlsruhe muss ich jetzt auf die andere Seite. So, wie man sieht jetzt hier, bin ich in Germersheim. Da stehe ich erst 52 nach Karlsruhe, Marktplatz. Da muss ich hin, da gehe ich rein. Nächster Hals, Germersheim, Mitte, Rhein. Bitte beachten Sie, ist es ein Eilzug. Nächster Hals, Sondernheim. Nächster Hals, Sondernheim. Das waren die Impressionen. von der Fahrt nach von der Masse nach Karlsruhe wo zurückfahrt hat ich ein bisschen Verspätung mit der S51 ja deswegen habe ich den Regional Express nicht gekriegt schützt sich in der Bahn hier die fährt 49, also 15.49 Uhr wieder zurück dann bin ich wieder in Philipsburg ja das war's von mir macht's gut und ciao